Ich bringe hier einen EM-Song raus, deshalb ranke ich jetzt Länder. Italien. Italien, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich nicht so gut. Platz 10. Spanien. Spanien waren früher gut, aber dieses Jahr auch, würde ich so sagen, Platz 7 tatsächlich nicht so der Fall. Kroatien. Kroatien, ja, schon besser. Gehe ich mal auf die 5. Können vielleicht was reißen. Deutschland. Deutschland, nicht gut. Dieses Jahr gar nicht gut. Und die Schweiz. Oh, die Schweiz, ja, immer so im Mittelfeld. Mache ich mal Platz 6. Ist ja mein Land. Ist das Kroatien? Ne, Slowenien. Oh, Slowenien sehe ich tatsächlich dieses Jahr. Habe ich das Gefühl, sehr, sehr gute Chancen. Ich mache mal Platz 2. Ich glaube, kommt noch ein besseres Team, aber Slowenien, krass. Frankreich. Ne, ich glaube nicht. Platz 8. Oh, oh shit. Albania. Albanien. Albanien ultra gut momentan. Richtig, richtig gut. Ich gehe sogar, ich gehe sogar Platz 1. Ich sage, Albanien holt das Ding. Portugal. Ne, 4. Scheiße. Und Türkei. Platz 3. Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Ranking, oder? Kenne ich mich aus mit Fußball? Gut. Gut. Okay.